Ich bin Pascal Kretz, Mediamatiker im zweiten Lehrjahr und ich mache meine Lehre beim Schindler. Ich bin Erik Arnold, ich bin 18, bin Mediamatiker im dritten Lehrjahr und mache die Ausbildung bei der Schindler Berufsbildung. Ich habe mich für den Mediamatiker entschieden, weil dieser Beruf extrem vielseitig ist und der Beruf mit Zukunft ist und es mir nie langweilig wird, weil ich immer verschiedene Dinge ausprobieren und lernen kann. Dadurch, dass ich jetzt im Marketing arbeite, mache ich sehr viele Aufnahmen, seien es Videos oder 3D-Animationen in der Unreal Engine von den Produkten, die wir nachher auf verschiedenen Social Media Plattformen oder auf Webseiten teilen. Und dadurch, dass wir unser Produkt den Kunden näher bringen über diese verschiedenen Channels. Ich habe Schindler als Lehrbetrieb gewählt, weil ich von Schindler nur sehr Gutes gehört habe, vor allem von der Lehrlingsausbildung und es mir einfach beim Schnuppern am besten gefallen hat. Ich bin bei diversen Betrieben schnuppern und als ich nachher beim Schindler das Schnupper-Lehr gemacht habe, habe ich gemerkt, dass ich sehr coole Projekte hatte. Es hatte auch ein sehr freundliches Team, das mich aufgenommen hat. Und dann hat es mir auch sehr gefallen. Ich habe mich beworben und schlussendlich die Lehrstelle bekommen. In meiner Freizeit mache ich Parkour und Freerunning. Das ist eine Sportart, wo man sich fortbewegen. Wir machen das manchmal so, wir treffen uns mit den Kollegen von draussen, gehen an die verschiedenen Spots und üben dort neue Tricks und neue Saltos. Meine Hobbys sind Laufen. Ich bin dort auch in einer Läuferung tätig. Ich bin dort auch als Trainer der Jugend engagiert. Und zusätzlich möchte ich in meiner Freizeit fotografieren und filmen, was natürlich mit meinem Beruf zusammenspielt. Wenn auch du deine Lehre als Mediamatiker möchtest starten, dann bewerbe dich noch heute bei der Schindler Berufsbildung als Mediamatiker. Vielen Dank. Ja